Moin, in diesem Video wollte ich einmal einen kleinen Tipp geben, wenn ihr DNS-Troubleshooting macht an einem Windows-System. Und zwar, in vielen Situationen ist es sinnvoll, nicht NS-Lookup zu nehmen, um DNS zu troubleshooten. Ich habe jetzt hier zum Beispiel NS-Lookup für deaknet.de ausgeführt und kriege dann hier IPv6 und auch IPv4-Adressen zurückgeliefert. Das sieht also erstmal alles richtig aus. Wenn ich jetzt aber versuche, auf eine Ressource zuzugreifen, die hinter diesem DNS-Namen steckt, in dem Fall eine Website, dann funktioniert das nicht. Warum? Das Problem ist hier, dass NS-Lookup nicht den normalen Windows-DNS-Client verwendet, sondern eigene DNS-Abfragen macht. Wenn ich jetzt stattdessen versuche, mit Resolve-DNS-Name den DNS-Namen aufzulösen, dann kriege ich das richtige Ergebnis, das, was auch die ganzen anderen Applikationen bekommen würden an meinem Computer. Also probiere ich das noch einmal. Resolve-DNS-Name und dann deaknet.de. Und dann kriege ich hier auf einmal eine IPv4-Adresse, die komplett anders ist. Und die 4a-Adressen, also IPv6, kriege ich auch gar nichts zurückgeliefert. Das liegt jetzt daran, dass in meiner lokalen Hosts-Datei einfach Einträge drin sind, die das normale DNS überschreiben. Und alle Applikationen auf dem System, die den normalen Windows-TCP-IP-Stack mit DNS verwenden, die verwenden auch diese Hosts-Datei. Aber das ist auch nur eine mögliche Fehlerquelle. Also es kann da auch noch irgendwas komplett anderes dazwischen schlagen, sowas wie mehrere Netzwerkkarten. Deshalb also die Empfehlung, wenn ihr testen wollt, wie euer System wirklich die DNS-Namen auflöst, dann verwendet die PowerShell und den Befehl Resolve-DNS-Name. Das war alles, was ich euch in diesem Video zeigen wollte. Das ist so das erste Video in einer neuen Reihe hier auf dem Kanal, wo ich verschiedene PowerShell-Beispiele zeige, die sonst nicht in den PowerShell-Kurs reinpassen, aber trotzdem einen Mehrwert bieten können. Also hier wird es dann noch mehr Beispiele für einzelne PowerShell-Befehle, für Skripte, für Module und so weiter geben. Wenn ihr Bock habt, dann lasst ein Like da und schaut auch dann in die Playlist, die verlinke ich einmal hier. Okay und ciao!